Ja, was soll ich jetzt hier machen? So, wir stehen bleiben, wir müssen schießen. Ja, cool, ist raus. Ja. Oben im Dings ist einer, der guckt auf dich. Ja, da ist aber nur einer, der einzigste. Heidoth hat mich gesehen, ich bin tot. Och mann, der dumme Wichser! Der Turm ist der größte Mist, wirklich. Der Turm ist der größte Mist. Ja, dann können wir direkt wegfahren, Hazard. Ja, wohin fahren wir? Haha, auf dem Berg da. Ich mein, meine DP stellt sich um, der Turm ist scheiße. Alles Wohl im Sinne. Er hittet mich einfach, der Knecht. Hab ich geschossen? Ich hab geschossen. Engine aus, Engine aus. Oh mann. Dort war's. Warte. Hab beide. Oh, hasser Bruder. Ich reparier, kannst du mich irgendwie säben? Ja. Ja, soll ich auch. Ja, kannst du mich. Mach mal Mut außen, weil dann nicht. Komm auch. Gib mir ein Decknummer. Ja, der soll doch nicht nur ein Low Decknummer. Ich flinke jetzt erstmal ein Bierchen da rauf. Ey, Schaden fährst jetzt auch mal rein. Pass auf, einer ist doch ein Typ. Ja. Die P hat sich umgestellt, was soll das? Ich? Ich? Gibg auf. Ich kassier Katschi. Und wo diesen Bier? Nur über den Berg. Nur über den Berg. Ich komm auch. Jetzt können wir den Truckbox spülen. Mh, mh, mh. Okay, Quillen ist oben. Quillen ist auch hier. Jungs, wo ist das Kacki? Okay, Nockckbox ist hinter mir. Wollen wir Atira-Dings-Tower? Ja, guck mal hier. Ja, John und Blubel, gib Gas. Nee. Woher warst du? Das hast du schon geguckt? Weil wir dort vorher gegen Cops gefeuert haben. Das ist gesprengt. Wieso, ey? Jetzt red man nicht so viel. Was denn hier? Hinter mir sind zwei Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge bei mir. Vier! Ein Swider! Aber. Doch! Ich hab den einen Aussagen wegverdammt. Bei mir ist ein Cops Quillen auf der Fahrt, ey. Dig, hier fährt halt echt ein Swider. Und ein Hunter! Ein Swider und ein Hunter hinter mir! Und drei Quillens! Ich kann nicht zu viel kommen, Digga. Das ist so eine Verarsche, Alter. Ey, lass in die Bank fahren! Sagen wir das? Ja. Ja, warum nicht? Digga, es ist so lächerlich, Digga. Ja, Startsbank! Ja, der eine rammt mich auch mal. Nice, let's go. Also, ich zähle. Drei Truck Boxer. Ne. Vier Quillens. Vier Quillens. Zwei Truck Boxer. Ein Hunter und ein Swider hinter mir. Läuft, Digga. Also, das macht echt Spaß. Das macht echt Spaß. Wir sind grad hier zu zweit im Umkreis. Das muss ich euch sagen. Das ist eine sehr gute Massenverteilung. Evolution-Gaming.ct. Ja, die geben mir Komet Brett, Alter. Vor dem einfach Komet beide weg. Ne Zafir! Nein. Doch, ich sag's dir. Doch, ich sag's dir. Digga. No joke. Ich schwör. Wallah. Wallah, Wallah. Wallah hinter mir ist ein Zafir. Digga. Ich fahr so was von in die Bank rein, Alter. Ich komm was heute. Ob mich... Ob irgendein Hurensohn sich vor mich stellt, Alter. Ich fahr dem rein. Ist mir scheißegal, ob der stirbt oder nicht. Wirklich. Er fährt... Er hält alle fünf Meter an. Elias Price. Jesus. Ja. Ich komm. Und ne Zafir mit Charlie hinter mir auch noch. Also... Das... Das... Jungs. Jungs. Also... Ich sag... Also ich lüg jetzt nicht. Ich lade euch das Video. Das kann's doch nicht sein. Also... Das kann's echt nicht sein. Jetzt Zafir, ne Zafir, ne Zafir, n Hunter, n Streuter. Seen Kanacken hinter mir. Seen Kanacken hinter mir. Seen Kanacken. Einfach die Türken groß an mir sind die Polizei. Hä? He? Das ist so einer der halb Deutschland hinter sich hat, Boss. Digga. Hinter mir ist die ganze Wehrmacht. Digga. Der Kanacken aufreißen, Boss. Du hast einfach die Kusine von... der türkischen Großfamilie beleidigt, Digga. Am besten darfst du eigentlich... Der Kanacken bis auf den Abstander stellen. Jo, der Erste... VdM ist wieder weg, Alter. Das sind so Schweine, Alter. Du hast Hayats Kusine beleidigt. Oh, die Zafir hält auf mich. Jo, let's go. Zwei Zafir sogar. Jungs, es wird immer besser. Jungs, zwei Zafir, ne. Warum... Warum fahren die normale... Normal Streife mit Zafir? Digga. Im Hunter hast ne Zafir und im Streit hast ne Zafir, ne. Ja, ich guck jetzt... Ja. Ey, Jungs, ich ne mal ein Nagelband mitz, oder? Der Druckboxer ist bei dir stehen geblieben. Das kann's echt nicht sein, Alter. Das kann's doch nicht sein, Alter. Das kann's doch nicht sein, Alter. Zwei Zafir, Hander. Hey, wen soll ich versuchen mit dem Nagelband aus der... Dings zu setzen? Ey, der in Tower, zweite wird nicht stumm. Digga, was soll ich machen? Hat er dich gepusht, oder was? Oh, der Typ hab ich wirklich gesehen. Der hat ne Zafir, oder? Nein, der hat keinen Zafir gehabt. Ach du Scheiß, Digga. Und jetzt hat er die Zafir.